Smiley mit der Zunge raus, 6 und ein B, 12 Sekunden! Tobi, ich sterbe hier! Und eine Million Menschen mit mir! Drei, zwei... Ich glaube jetzt... Ja. Ja? Okay. Defuser, bitte, put on your VR-Headset. Äh, Arsok-Franter, wir... Geh mal auf! Weiner sind ja-ja-ja! Was? Kam ja, ja. Spast. Gibt's da kein Deutsch? Oh man, du musst Englisch kennen. oder willst du es auf niederländisch? Das gab es letztlich wahrscheinlich auf deutsch, oder? Ja, aber ich dachte mittlerweile hätten sie es vielleicht auf deutsch. Ja, aber ich muss halt nur zwischen dem Mal überlegen, was da steht. Also, du musst jetzt... Ask a friend to view the bomb defusing manual on your computer screen. Ja? Ja. Darf ich? Ist der da irgendwie eine Nummer? Wie ist die Nummer? Eine Verification Code? Ja. Was? Warte, ich guck mal kurz bei dir. Was? Hast du mich grad getrollt, oder was? Ja. Guck mal Zwei, vier, eins. Okay, ähm, ich schließe. Zwei, vier, fünf, gell? Nein, Spaß. Wir fangen beim ersten an. Beim zweiten, meine ich. Drei Module, fünf Minuten, drei Fehler darf ich mir gönnen. Boah, ich brauche einen Stuhl eigentlich. Habe ich Bock. Okay, ähm, du weißt ja noch, wie das funktioniert, gell? Ach so, ungefähr, ja. Ich musste jetzt dir das Modul quasi beschreiben. Wie viele Kabel hast du? Genau, das erste Modul ist mit Kabel. Vier Kabel. Ja. Von oben nach unten. Blau, gelb, hoß, blau. Äh. Boah. Was tötet? Nix. Ah, sag nochmal. Was? Ach so. Blau, gelb, rot, blau. Blau, gelb, rot, blau. Ah, das ist ja schon mal ein Bildschirm zu riesig, ey. Was? Hä? Der zweite? Der erste ist blau, der zweite ist nix. Und dann gelb, rot, blau. Nacheinander. Blau, gelb, rot, blau. Ja. Boah, wahrscheinlich bin ich zu dumm zum erklären. Äh, der zweite, scheinbar der zweite durch. Nein, das war falsch. Scheiße. Wären können. Wären können. Wären nicht mehr wie ein roter. Der letzte ist auch nicht gelb. Ja. Es ist mehr wie ein blauer. Ja. Es sind nicht mehr als ein gelber. Ja. Ja. Aber es kann das second mal. Vielleicht der second. Ah, vielleicht der gelbe dann. Also der zweite von insgesamt vier. Ja, aber es ist doch gut da. An der zweiten Stelle. Ja, war richtig. Okay. Ein, ein Riesenbutton, wo ab Bord draufsteht, der rot ist. Ein was? Ein Riesenbutton. Warte, ich komme gerade mit zurück. Ich will zurück, verdammt. Hä? Ich muss da vorne rauskommen. Drück mal Windows-Taste. Übrigens noch zwei Minuten 37. Also was hast du jetzt gerade gesagt? Ein Riesenbutton, der rot ist und ab Bord draufsteht. Du müsstest mir wahrscheinlich sagen, wie lange ich draufdrücken soll oder bei welcher Uhrzeit ich drücken muss. Äh, der Drücker, äh, drücker. Drücker, halten und dann der Releasinger, äh, den Dixal-Banddrücker. Welchen anderen? Hold the button and refer to releasing and help button. Was? Hold the button and refer to releasing and help button. So ein zweiter Knopf soll er. Da ist kein zweiter Knopf. Ich hätte drücken und halten gedrückt, bis wahrscheinlich das nachlässt. Gelb, gelb, er ist gelb. Was gelb? Der leuchtet gelb, was soll ich machen? Ja, wahrscheinlich muss ich dir sagen, welche Farbe. Der Button ist blau. Nein, rot! Was hast du gesagt? Ich hab rot gesagt. Nett. Eine Minute sechs. Da gibt's kein roter Button, wo ab Bord draufsteht. Doch! Ich seh ihn doch genau vor mir. Mann, 55 Sekunden. Was soll ich machen? Ja, da steht nichts mit der... Es gibt mehr. Ich lass los. Ich kann mir ja noch einen Fehler... Okay, okay, okay. Vier Symbole. Symbole... Hast du die Seite mit dem Symbol? Ja, ja. Okay, umgekehrtes Fragezeichen. Smiley. Eine Sechs und eine B. Sechs und eine B. Zwölf Sekunden. Tobi, ich sterbe hier! Und eine Million Menschen mit mir! Drei, zwei, aah! Sorry, ich bin gerade... Ich bin gerade voll aus der Materie raus. Äh, wo stehst du? Stehst du hier? Ja. Ich hab gerade voll in meinem Kopf, wie das Spiel aufgebaut ist. Wie? Also, ich hab ja vor mir so eine Bombe. Ja, schon klar. Ich weiß zum Beispiel, das mit der Symbole weiß ich nicht mehr. Ach so. Du sagst mir die Symbole, ich hab die Liste und musst dir dann sagen, in welcher Reihe folgt die auf der Liste drauf sind, oder? Genau, ja. Ja, aber das mit dem Button hab ich jetzt trotzdem nicht kapiert. Also, es war ein roter Abort-Button. Ja, da steht da einzig, if the button is blue and the button says abort, hold the button and refer to releasing a hell button. Dann kommt irgendein anderer Scheiß, dann kommt the button is wide, dann kommt mehr als eine Batterie. Mhm. The button is yellow und dann if the button is red and the button says hold. Hat er ja nicht, bei dir steht ja abort. Ja. Und dann, dass siebte ist, if none of the upper are scheiß. Ja, ich hab's gewusst. Und dann sagt er, okay, erzähl weiter, erzähl weiter. Mhm, okay. Oh, Mann. Ja, echt. Dazwischen drin wird dann ein Sekunden ins Bastion. Ja, ja. Schon. Oh, ich schwitze auch schon voll. Okay, fünf Minuten. Weiter geht's. Vier Kabel. Ja. Weiß, schwarz, rot, blau. Ich glaube, dass zwischendrin eine Lücke ist. Zwischen weiß und schwarz ist, glaube ich, uninteressant. Weiß, schwarz, blau. Ja. Ich würde erst durch. Okay, sicher. Ja. Ja, richtig. Okay, ein gelber Button. Da steht Press drauf. Ach, ach, ach. Ich schwarz, blau, 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 blau. Was soll ich jetzt tun? A color, a circle of light on the right side of the computer. Okay, muss ich dir sagen, welche Farbe. Okay, und ich drück. Gelb. Least the countdown timer. There's a five in der Position. Okay. Gut, richtig. Vier Symbole. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein Lambda. Dieses umgekehrte Y. Gekehrt ist das Gamma, ja. Ist das Gamma? Okay. Gamma, C, A und N. Äh, A. K. A. Gamma. N. N. Okay. Ja, geschafft. Huuuuhh. Huuuuhh. Ja. Ja, irgendwann wird's, wird's crazy. Ja, ich bin, ich gehe unter den Top 20 mit der Zeit. Also, wir. Oh, geil, es gibt sogar Mods. Oha. Mit neuen Modulen und so. Und ein Bus. Okay. Oh. Ist jetzt ein Slider? Ja. Nur kurz. Was ist noch neu? Äh. Was ist das? Uah! Oh, verdammt. Ach. Okay. Level 2.1. Fünf Minuten, drei Module. Vier. Also, beim nächsten Mal kriegst du einen Stuhl, weil da braucht man echt eigentlich so einen Stuhl. Ähm. Vier Kabel. Schwach. Schwarz-Rot-Gelb-Weiß. Geil, ich sehe sogar die, die echte Uhrzeit auf dem Tisch. Da ist so ein Wecker. Und der Wecker, der macht sowas. Zweite? Ja, ich muss mich jetzt konzentrieren. Äh. So, jetzt schneiden wir eine zweite drüber. Zweite? Ja. Ja, richtig. Okay. Vier Symbole. Äh. Gamma. O. A. C. Sieht jetzt so aus in der Sonne. O mit einem Zipfel. Bart. Gamma. O. A. C. Gamma. O. A. O. A. Gamma. C. Jo. Okay. Dann habe ich so ein Simon Says Spiel. Oh Gott. Ja. Ja. Es leuchtet rot. Ja, was muss ich dir damit sagen? Äh, wenn's, wenn's rot leuchtet, was soll ich drücken? Und dann muss man immer die Reihenfolge dann durchgeben. Ich bin schnell. Es leuchtet da nichts aus, oder? Äh, nee, der Knopf leuchtet. Es sind, es sind vier Knöpfe. Ja, der Linke leuchtet. Ja, ja, ja. Der Linke, ja. Blau soll ich drücken? Ja. Okay. Gelb, äh, rot, gelb. Das heißt, blau. Und was dann? Also, wenn rot blinkt, muss ich bl... Was verschanden? Ja, aber dann ist es dann weitergegeben, was ich... Und blau. Ja. Steht da nicht, wer irgendwie, dass... Wenn in der zweiten Stelle gelb ist, muss ich dann darauf folgen... ...nach blau das drücken? Also, no strikes sowieso. Ich hab ja keine Fehler gemacht, deswegen... Red flash, okay. Dann steht, kommt jetzt zu jeder weiter. Blue flash, green flash, yellow flash. Genau, yellow flash. Green. Okay. Blau, grün. Falsch. Jetzt hab ich ein Strike. So, jetzt ist es wieder anders. Jetzt musst du die ein Strike. Da muss ich ein Gelb. Okay. Jetzt rot leuchtet. Okay. Auch falsch. Zwei Strikes. Du musst jetzt in der Spalte mit zwei Strikes gucken, gell? Ja. Jetzt leuchtet... Rot-Gelb. Rot-Gelb. Zwei Strikes. Zwei Strikes. Konzentrier dich. Ein Minute zwanzig. Das heißt konzentrier dich. Lese es dir ganz genau durch. Das heißt konzentrier dich. Eine Minute. Rot-Gelb. Zwei Strikes. Ist das rot-gelb? Ja. Und das ist dann die Reihenfolge. Quasi bei Rot muss ich das drücken. Und bei Quint-Gelb muss ich das drücken. Sag mir einfach nur, was ich bei Rot und was ich bei Gelb drücken muss. Bei zwei Strikes. 14 Sekunden. Rot-Grün und Gelb-Blau. Was? Rot-Grün. Gelb-Blau. Nein. Sorry. Ich bin aus dieser Anlage. Ich bin schlau. Warte, ich guck's dir mal an. Also. Ach, das hättest du mir auch noch fragen können, ob die Seriennummer ein Vokal hat oder nicht. Ach. Weil das unterscheidet sich ja dann auch. Ja, du bist jetzt ein Ungelegen aus dem Vokal mal. Du hättest einfach nur sagen, wie sieht die Seriennummer aus. Und dann, also, wenn wir beim ersten Versuch sind und Rot leuchtet, dann sagst du Blau. Ja, das hat ja geklappt, da warte ich jetzt noch mal. Ja, wahrscheinlich ist es hier ja falsch. Weil das wahrscheinlich eins war... Rot hat geläuchtet, also Blau drückt, ne? Genau. Blau drückt, also wo drück ich da drückt? Dann muss ich Rot drücken. Qual... Also es hat ja... Was hat ge... Rot, Rot und Blau hat geleuchtet. Also muss ich die Reihenfolge Blau-Rot drücken. Ja, okay, auch nochmal. Scheiße. Warum bin ich in einem Keller? Okay, machen wir gleich das Fabelspiel nochmal. Äh, die Seriennummer... Ach so, Verstimmung. Ja, äh, irgendwie... Ah, okay. Die Seriennummer ist W13MK6. Jetzt hat jetzt... Also jetzt hat er gerade noch... Ne, er hat keinen Vokal. Also die untere Spalte dann. Ja. Reihe. Also es leuchtet... Gelb. Keine... Keine Misserfolge bisher. Rot. Grün. Richtig. Also... Gelb. Grün. Also drücke ich Rot und... Echt Grün. Ja. Okay. Gelb. Grün. Grün. Rot. Grün. Grün. Blau. Gelb. Grün. Grün. Blau. Das Rausch ist Blau. Ja. Gelb. Gut, geschafft. Eine... Riesenbutton. Wieder ein Button, ja. Gelb. Detonate. Detonate. Ist es dasselbe Button wie vorhin mit Abboard? Ja. Nur dass er halt gelb ist. Und Detonate steht, ja. Ist so mehr als eine Batterie auf der Pumpe? Drei Batterien, ja. Mehr als eine. Äh... Was sagt der Button? Detonate. Äh... Rest und immediately release the Pumpe. Gut, richtig. Die vier Symbole. Ja. Omega. Omega. Äh... Ja. Omega, so ein Kronleuchter. Ja. So eine Bahnschiene. Und ein N, wo ein Sieben, noch so eine Sieben noch unten drauf ist mit so einer Krone. Okay. Oder ein H, wie auch immer. Ein N eher. Ja. Bahnschiene, Kertzeleuchter, N, Omega. Yes. Geht doch. Ist das Spiel schon wieder lauter geworden? Nein, ich bin nicht. Okay, aber mach mal dich lauter. Ja, ich bin jetzt wieder. Ganz links. Der erste Fader. Bisschen mehr. Der Main Big. Ja. Mach noch ein bisschen mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied gebracht hat, aber müsste. Ich bin davon irgendwie rauskommen, dass ich alle Seite gesehen habe, aber das schaffe ich irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, wie ich das machen kann. Genau. Escape. Escape. Auf der Seite. Tapp. 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 Ach, Mauer. Okay. Okay, 2.2. Und dann tauschen wir. 5 Minuten, 6 Module. Aha. Aha. Aber das Essen müsste bald kommen. Ja, nee, dann lass mich die Runde jetzt noch bis 5, bis das Essen da ist und dann tauschen wir. Ja, alles gut. Okay. Also, 6 Module, gell? Machen wir die Kabel erstmal. Okay. 6 Kabel. Gelb, blau, weiß, weiß, gelb, blau. Gelb, blau, weiß, heiß, gelb, blau. Richtig. Äh, Schneider, führte durch. Okay. Falsch. Ach, verdammt. Und ich hab dir vertraut. Und die letzte? Sicher? Ja. Okay, richtig. Noch ein Kabel. Rot. Rot, weiß, schwarz, rot. Wie, noch ein Kabel? Also, noch ein Kabelmodul. Ach so, nochmal so eins. Ja, ja, noch so eins. Wie viele hat es? Vier Stück. Ja. Rot, weiß, schwarz, rot. Ah. Mach mal der letzte. Der letzte, der letzte, der letzte, der letzte, der letzte, der letzte, und falsch. Ah, leck mich doch, ey. Ein Leben nur noch. Blaue, der letzte, 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 der weiße. Ja, richtig. Boah, ich krieg richtig Schiss schon. Okay, äh, Buttons. Mach mal Buttons. Das geht schnell. Danach müssen wir Symbole machen. Alles bereit. Die vor. Erster Button. Ähm. Blau und Detonate. Zwei Minuten dreißig. Ich war doch hier mit Detonate. Drei. Dann rief vorhin, äh. Schnell. Ja. Richtig. Nächster Button. Ja. Abort Gelb. Ach so, zwei Bands, äh. Ja. Sind jeweils zwei Module gleicher Sorte. Äh, dieses, ähm, wenigstens draufbleiben, bis die Farbe kommt, ja. Gelb. Äh, Release, also loslassen, wenn der Timer fünf hat. Scheiße, fünf verpasst. Gut, Symbole, schnell, eine Minute zwanzig. Sechs Kronleuchter. A, E, Schiene. Los. Sechs Kronleuchter. A, E, Schiene. Sechs Schiene, A, E, Kronleuchter. Sechs Schiene, A, E, Kronleuchter. Ja. Nochmal Symbole. Vier Stück. Ja. No, fuck, 46 Sekunden. Okay. Kronleuchter. C, Smiley, Stern. Kronleuchter, C. Kronleuchter, Smiley, C, Stern. C. Oh, Gott. 38 Sekunden. Hey, ich hätte mir ja auch Zeit lassen können. Also das wird in den Kabel manchmal. Das ist... Das ist total einfach. Was heißt denn wieder Ott? Äh, Ungerade. Ah, okay. Falls mein Handy klingelt, dann ist es wahrscheinlich der Pizzabote, der klingelt und wir nicht aufmachen. Okay. Sehe ich das? Ob's klingelt? Pizza.de, eine Benachrichtigung, aber sonst schon nix. Ne, er ruft dann an wahrscheinlich. Okay. Okay, 2.3. One Step Up. Nein, nicht das. Ja. Fünf Minuten, vier Module. Ein Modul ist wahrscheinlich schon wieder ein Level weiter. Aha. Deswegen machen wir schnell die Leichten. Ja. Ein neues Modul. Okay. Kabel. Mhm. Blau... Vier Stück. Blau... Gelb... Weiß... Schwarz. Der erste. Sicher. Ja. Richtig. Ein Button. Weiß. Detonate. Wie viel Batterie? Ja. Wie viel Batterie? Oh, ne, ist das blöd. Du besitzt dich nicht in diesem Raum, muss man sich die Bombe entschärfen. Ist da irgendwo was, wo K steht? Was? K? Ist da irgendwo K wie Auto? Ach so, äh nein. Scheiße. Scheiße. Dann drück mal den Knopf und macht wieder das Web-Releasing-A-Held-Button. Rot. Rot. Klee's für den Counter-Timer heißt er, one in any Position. Gut, richtig. Okay. Farbenspiel. Yes, das war richtig. Ach, das ist okay. Keine Fehler, gell? Ja. Seriennummer. Sag mal gleich, ob es ein Vokal drin ist. Hat kein Vokal. Okay. Ja, ich hab grad überlegt, ob ein Vokal drin ist. Gelb. Rot. Gelb. Grün. Grün. Gelb, grün, gelb. Rot. Rot, grün, rot. Richtig. Okay. Neue Modul. Drei Minuten haben wir. Das ist ein Modul, wo unten vier... Zahlen sind und oben ein Display mit einer Zahl. Vier Zahlen, keine sechs. Ach, okay, ja, hab ich ja. Okay. Was musst du wissen? Was ist jetzt ein Display drauf? Eins. Okay. Okay. Drück den zweite Knopf an der zweiten Position. Also eins. Erzähl, ich seh's ja nicht. Ich glaub, das musst du dir aufschreiben. Zweite Position ist eins. Okay. Okay, Sage two. Was ist jetzt auf dem Display? Drei. Der Dings in der ersten Position. Der Knopf in der ersten Position. Ja. Okay. Zwei war das. Okay, dann? Was ist jetzt? Display zwei. Drei. Äh, eins Drücker. Eins. Ja, 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 ja. Dritte Position. Äh, was steht jetzt? Drei. Äh, eine zweite Position. Zwei. Falsch! Ja, fuck. Boah, hab ich mich erschrocken. Jetzt müssen wir von vorne machen wieder. Ein Fehler. Eine Minute dreißig. Was ist? Vier. In der vierten Position. Zwei. Okay. Was ist jetzt? Drei. Der war in der ersten Position. Drei. Okay. Jetzt, was ist? Vier. Was press the button labeled for? Okay, dritte Position. Eine Minute noch. Drei. Äh, die drei wieder. Erste Position. Die erste Position. Die drei waren auf der ersten Position. Okay, okay. Display zeigt eins. Äh, wie das als erstes? Die zwei. Was? Nochmal, die Musik ist zu laut. Nochmal. In der ersten Position, als du pressst in Stage 1. Also, die zwei. Die zwei. Die zweite Position oder die Zahl zwei? Wo hast du da zwei? Was? Was? Fuck. Sache schnell, 14 Sekunden. Drück mal zwei. Welche zweite Position oder die Zahl zwei? Äh. Oh, richtig. Ich hab jetzt einfach zwei gedrückt. Du drückst da zwei. Ja, aber weil das zufälligerweise war die zwei auch in der zweiten Position. Liesisch, aber... Wir haben es geschafft, gell, übrigens. Ich misch quasi aufschreibe. Ja. Was? Welche Position du drückst und was du dann für Zahlungen wählst. Richtig, richtig, ja. Gott, okay. Was heißt Labeled 4? Das ist aber Unlabeled 4, wo der 4 draufsteht. Richtig, ja. Denk, okay. Puh. Leuchtet dein Handy, wenn einer anruft, ja, oder? Ja, ja, das klingelt halt normal. Okay. So, 2.4. Drei Module. Drei Minuten. Okay. Kabel. Ich muss immer warten, bis das Licht angeht. Okay, Kabelmodul. Ja. Schwarz, blau, rot, weiß. Oh nein, dieses Modul. Oh, fuck, ey. Schwarz, blau, rot, weiß. Der erste Durchschneider. Der erste. Richtig, okay. Zahlenspiel wieder. Oh, fuck, ey. Das müssen wir schnell machen, weil das andere Modul ist richtig schwer. Es ist wieder ein neues Modul. Okay. 1 zeigt das Display. Okay, dann drückst du die zweite Position. Ist eine 3. Okay, was zeigt es jetzt? 1. Dann das, wo hier draufsteht. Die zweite Position. Okay. Was steht jetzt dann? 1. Äh, selbe wie gerade eben. Zweite Position. Ist eine 4. 1. Auch wieder wie im Zweier. Ist eine 4. 3. Ich bin voll raus. Auch wieder wie im Zweier. Nein! Steht hier. Oh, fuck. Das ist die Position des Preston-Stage. Egal, schnell, weiter. Ein Fehler. Display zeigt 3. Äh, in der dritten Position. Eine 4. Okay. Was zeigt es jetzt? 1. Äh, da, wo 4 draufsteht. Dritte Position. 1. Raus. Raus. Äh, selbe wie gerade eben. Wie gerade eben. Nein! Wir werden alle sterben. Das schaffen wir niemals. Das andere Spiel ist so schwer. Sagt meinen Kindern, dass ich sie lieb habe. Ich habe keine Kinder. Ich habe keine Kinder.